Gesundheitsgefahr Verbraucherschützer in Deutschland warnen schon länger, Fleisch aus dem Supermarkt ist oft mit Keimen belastet. Aktuelle Kontrollen von Hähnchenfleisch beweisen dies. Die Grünen machen die Schlachthöfe verantwortlich. Im deutschen Lebensmittelanzelhandel ist mehr als jede zweite Hähnchenfleischprobe mit einem Durchfallerreger kontaminiert. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage des grünen Fraktionschefs Anton Hofreiter hervor, aus der die Rheinische Post zitiert. Demnach enthieden 51,8% der Proben am Jahr 2017 den Erreger Kempelob-Ekter, während es 2011 noch 31,6% waren. Direkt an den Schlachthöfen habe das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL, im vergangenen Jahr sogar bei 78,8% der Masthähnchen den Durchfallerreger gefunden. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts führt Kempelob-Ekter zu 60.000 bis 70.000 gemeldeten Erkrankungen pro Jahr. Die Dunkelziffer ist laut RP deutlich höher. Vor allem Kinder, Ältere und Schwangere sind häufig betroffen. Hofreiter fordert, die Bundesregierung müsse für mehr Hygiene auf den Schlachthöfen sorgen. Der Chef des Verbraucherschutzzentralen Bundesverband, VZBV, Klaus Müller, sagt, entscheidend ist, dass Schlachthäuser besser kontrolliert und zu verbesserten Hygienemaßnahmen verpflichtet werden. Der Bundesverband des Lebensmittelhandels wies darauf hin, dass die in den USA zulässige Methode, Keime auf dem Fleisch durch Klo zu beseitigen, in Europa nicht erlaubt sei. Auf Geflügelfleisch würden deshalb Verzehrhinweise gegeben. Wichtiger Hinweis, die Informationen ersetzen auf keinen Fall eine professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete und anerkannte Ärzte. Die Inhalte von t-online.de können und dürfen nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen oder Behandlungen anzufangen. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team